Hallo liebe Wanderfreunde, heute nehme ich euch mit in den wunderschönen Schwarzwald nach Bad Peterstal auf dem Genießerpfad Himmelssteig. Es erwartet uns eine 22 Meter lange Sitzbank und eine Himmelsbar. Der Himmelssteig wurde bereits im Jahre 2017 zum schönsten Wanderweg Deutschlands gekürt und das zurecht. Das ahnte wohl schon früher ein alter Bauer, der sich dort im Holchental niederließ, denn er sagte einst, Hier ist ein Flecken wie im Paradies. Der Himmelssteig ist etwa 11 Kilometer lang und knapp über 500 Höhenmeter gilt es zu bewältigen. Anspruchsvolle Wanderung auf gut begehbaren Wegen und Pfaden. Vom Paradiesfelsen erlebt man eine wahrhaft wunderschöne Aussicht und am Holchenwasserfall kann man so richtig die Seele baumeln lassen. Vom Himmelsfelsenrastplatz blickt man weit auf das Umland. Der Himmelssteig ist eine wahre Empfehlung und die genaue Tourenbeschreibung findet ihr in meinem Wanderbuch Wandern mit Genuss im Schwarzwald unterwegs Teil 1 Walken Walken Untertitelung des ZDF, 2020